Hallo liebe Schülerinnen und Schüler in Hessen. Die Sommerferien sind vorbei und ich hoffe, ihr hattet eine erholsame Zeit. Heute beginnt die Schule und dafür wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Wir Freien Demokraten in Hessen stehen für die beste Bildung von Anfang an. Das heißt ganz konkret, wir wollen, dass an euren Schulen ausreichend Lehrer vorhanden sind, damit ihr individuell am Bestmöglichsten gefördert werdet. Darüber hinaus wollen wir die Digitalisierung an hessische Schulen bringen, um beispielsweise ein digitales Klassenbuch zu haben. All das sind Maßnahmen, die wir Freien Demokraten voranbringen wollen. Ich wünsche euch abschließend alles Gute für das neue Schuljahr und hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt.